Willkommen zu einem neuen Parts bei Indubus Gate Nr. 3 Oh, äh, was? Äh, Karlach. Äh, hab ich dich doch zu sehen angesprochen? Äh, tja. Jungs, mit Zora scheint euch zu kennen. Warum? Zora war die, für die wir jetzt die Hintrette verbreiten. Die Hintrette verbreiten. Ich glaube, sie wird weiterhin ein Jagd auf euch machen und verstehen, warum ihr unbedingt direkt entkommen wolltet, das Thema wechseln. Oh ja. Wir sollten mal schnell hier hin. Ja, was die Goblins anbietet. Das ist die beste Option, den Hintrette zu verlassen. Ich kann euch dabei helfen und das Ritual verzögern. Ihr müsst euch wehren. Glück dabei. Mir hat das nichts genutzt. Ich will euch beraten, zu dafür Sorgen, dass ihr geht. Ich will euch nicht beraten. Ich würde sagen, die müssen entweder gehen und den verlassen, die gehen und verlassen den Heim oder die verteidigen. Das heißt, weil da kommen, da kommen jetzt Goblins. Und werdet ihr sie gar nicht los. Ihr solltet von mir fliegen. Ich helfe euch. Aber dann hat die Stadt hier noch weniger Verteidigung und jetzt kommen die Goblins und werden die Stadt zerstören. Was ist so? Ich werde überlassen aus mir. Ich habe kein... Ich bin kein gedruhener Mörder. Oh, das lief, glaube ich, nicht gut. Du bist halt doch fliegen. Du hast sicher mit ein paar Goblins. Ich finde ich so, das war's. Ich wurde bei ihr gebeten, euch wegzubringen und für etwas sprechen. Was führt eure Leute in die Wildnisformen? Hat Hazen die Abenteuer begleitet? Ja, das war's. Wenn eure Leute das überlebt haben, überleben sie alles. Wenn Stephen überhaupt irgendwo will kommen, vielleicht hättet ihr den in den Höhen bleiben sollen. Genau das, wenn ihr das überlebt habt. Hm. Da würde ich doch mal bezüglich. Wenn ihr das überlebt habt, wenn ihr das überlebt habt, wenn ihr das überlebt habt habt, dann müssen wir versuchen die Straße. Goblins, diese sind die Verteidigung. So, Korga's twisted your mind as well. Please, just listen. Sending us out there is a death sentence. But there is another way. If you want to turn your blade on anyone, turn it on the Goblins. You won't be able to cut them all down. There's a horde of them out there. But they're real disciplined. It's unusual for them to organize so cleverly. Somebody must be leading them. Bringing discipline to their ranks. Das nehmt es zu spät. Einfach unterkoppeln und töten. Mal sehen, was ich tun kann. Kommt drauf an. Bezahlt ihr mich? Das ist nicht mein Problem. Ich gehe jetzt klar. Vielleicht werde ich euch zwingen. Jeder in diesem Kamp beträgt sich an das. Danke. Wir werden bereit sein, zu gehen, als nächstes du Wort geben kannst. Na toll. Öffne die Tür, so wie es nachgeht. Tötet die drei Einführer. Oh Gott. Also Goblins töten. Können wir über den Samaragd sein? Sprich ich mit dem Tragen? Das wollte ich eigentlich nicht. Die haben gesucht, dann die Äthien. Verdammt Mann. Aber fliegen wollen die auch wirklich nicht. Gibt es da nicht eine Lösung, wie wir das so hinkriegen können? Ja, die Goblins töten das durch die Alternative, die wir haben. Statt den Paar, das Markteil zu plündern. Das Markteil plündern würden wir für die Goblins tun. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nicht schon den falschen Weg gewählt haben. Auf fliegen die Kisten. Nicht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Goblins. Vielleicht machen wir hier erstmal eine lange Rast. Und wir halten uns vor. Wir haben hoffentlich noch genügend Zeit, um uns die Goblin-Lage anzubrechen. Und wir haben jetzt die Goblins zu vernichten. Und der Krieg findet hier vor dem Heim statt. Wir werden sehen. Einzunehmen, was wird passieren. Oh, oh. Stirn wischen, die Schmerzen, Hände reiben, die Finger auf den Mund pressen, und nur sein Wegzwinkern. Vor werden Pointique ab. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched, no matter how much you wipe. Schukel-gib, Blacketh Mhzathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. Ich kann es. Ich sehe es in dir. Ich fühle es in mir. Wir sind verloren. Ich werde schnell mit meiner Blut sein. Erst du, dann die anderen. Dann mich selbst. Deine Mind ist entgegen. Du fühlst einen Tuch von Unzertunheit. Einen Tuch von Entschuldigung. Wir sind nur erschöpft. 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 Wir haben nur ein Träger in den Rhein. Ich dachte hier ein Heilsinn, dass wir dir dann mal zugeben und zufüllen, aber Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das ist der Wächtergeruchter, den ich erstellt habe, am Anfang. Ich kenne Ihre Stimme, ich habe sie schon einmal gehört und wer da auf der Seite verschwindet, kriecht schon genug durch den Kopf. Interessant. Und ich bin hier, um dich wieder zu retten. Zwergen, die eine Elfe. Du wirst nicht der Mindflayer werden. Nicht, während ich hier bin. Und dann aufstehen, um die Hilfe zu treffen. Na, wird schon. Ich bin hier, um dich zu retten. Wir haben nicht viel Zeit, aber ein wenig. Ich bin hier, um dich zu retten. Ich bin hier, um dich zu retten. Es kommt von diesem Parasite. Sein Instinkt ist zu retten, die Macht er gibt, aber du musst ihn akzeptieren, ihn zu erobern. Ich werde es von dir zu konsumieren. Aber für uns beide, du musst lernen, ihn zu erobern. Okay, wo geht's jetzt hin? Wo führt ihr mich hin? Auf welchen Pfad? Ein Kampf um den Tod von Faerun. Ein Kampf, das wir verloren. Für jetzt. Du kannst das ändern, aber nur wenn du dringst dein Potenzial fühlst. Und was? Warte jetzt. Du fühlst mich besser. Ich versuche es. Was ist das? Ich werde kurz mit dir sprechen. Ich hatte das dringendste Traum letzte Nacht. Es war ein Visitor, die mir geholfen hat. Und all sorts of delicious powers from the parasite in our heads. Given our shared affliction, ich glaube, du hattest einen ähnlichen Traum. Ey, so. Wir sollten jeden Futter nutzen, der sich uns bietet, erkunden wir diese Kräfte, um zu sehen, wohin sie uns führen. Ich traue den Braten nicht. Wir sollten diese Kräfte nicht nutzen. Sieht sehr viel verspricht aus. Sei nicht zugehört. Sei nicht zu traurig. Ich denke, ich werde meine Nacht hier verletzen. Sieht sehr schwer. Es klingt... Oh, seit... Starrion. Ich will mir nochmal angucken, was... ...will ihr zu hören. Wenn die Parasite uns mächtiger machen kann, nur zu, sage ich. Wir können den Vorteil im Kampf gebrochen. Ihr habt recht, wir sollten... ...den gesteht unbedingt ignorieren. Sprechen wir von was anderem. Züge sind ungewöhnlich gefährdet. Ja, hat war schon. Stufe 2 Kämpfer. Wir sind schon Stufe 4. Vielleicht können wir die auf Stufe 2 hochleveln. Ich meine, sie kann ihn jetzt... ...wie Astarion irgendwie. Ähm... ...irgendwie auch wie wir. Ja... Die könnten wir mal ein bisschen die... ...sache mit der Krippe und so weiter verfolgen. Dafür könnten wir sie mitnehmen. Oder sie gebrauchen. Ich nehme sie erstmal für irgendwelchen mit. Ich sage noch nicht, dass Astarion jetzt ganz weg ist, aber... Wir brauchen jemanden, der wirklich Frontreihekämpfer sein kann. Und dadurch Astarion ein bisschen dafür missbraucht. Ist eigentlich nicht dafür gedacht. Aber... Können wir sie mal vorschicken. Kaderhalz. Zweite Reihe. Kämpfer. Und... Wir zwei so ein bisschen als Support-Karte. Ja... Wir kriegen wir sie jetzt auf Stufe 4. Das wäre dann super. Wenn nicht Stufe 3 ist auch in Ordnung. ... Unterklassen-Merkmale. Überlegenheitswürfe. Unterklassen-Kampfmeister. Kampfmeister fügen über große taktische Überlegenheit. Und kombinieren mit dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. Mystische Ritter. Mystische Ritter studieren die Magie, um ihre Waffe zu verstärken, sodass sie den Widerstand der zähesten Gegner erbrechen können. Champion. Beginn des komplexen Kampfproblemen mit höchst wirksamer Lösung. Stichst auf die Probleme ein. Und zwar... Ein Barbar haben wir schon. Dass sie einen Platz rüber trinken kann, ist vielleicht auch nicht schlecht. Kampf mit großen Waffen. Also mystische Ritter. Wir haben auch schon Gel und... Ich weiß nicht, was da am sinnvollsten ist. Vielleicht können wir sie so ein bisschen zu... Ich denke da ein bisschen in die Richtung... Das war das für sie in die Richtung. Nekromant. Nekromantin. Wir werden mit den Zaubern. Wenn es möglich ist, könnte man da was werden. Daher werde ich das mal... Schau mal was geht. Knochenkälte. Ja genau in die Richtung. Finde bis zu deinem nächsten Zug. Das Ziel heilt. Gift versprühen. Ja, ich sehe jetzt Gift versprühen. Das ist genau die Richtung. Vielleicht kann man so Nekromantin. So ein bisschen giftig. Giftiger Drache. So ein bisschen... Halt für eine gute Idee. Säure und so weiter könnte... Das könnte ihr Zauberrichtung sein. Weil ich bei Gel ein bisschen gezögert habe. Und bei den anderen auch. Da könnte man sie hingebrochen in diese Richtung. Ein brennender Hände. Bei Erhaltungswurf. Die Ziele leiden dennoch halben Schaden. Magisches Geschoss. Schutz vor Gut und Böse. Das könnte ihr auch was bringen. Erweitert. Das ist ein Zauberreparator. Ein Magierzauber. Eine Variante zufügen. Strahlt Übelkeit. Spürende Farben. Ein rascher Rückzug. Ace Messer. Betrauten finden sich bei ihr nicht. Und brennende Hände gebe ich ihr. Kämpferstufe 4. Wirklich hinten an der Entscheidung ausstehend. Zauber erhalten. Zauber erhalten. Zauber erhalten. Zauber erhalten. Zauber erhalten. Zauber erhalten. Dazu coordinated nach den Satz. was mario mit hexen meister an den 2 zaubertricks leistungen ist so gut wachsam hexenmeister kommt am nächsten dran meister schwere rüstung ja auch mal interessant naja und hexenmeister geht in die richtung und tote und nekromantie am ehesten die richtung tavernenschläger kampf erprobte zauberer wirker wird mal hexenmeister versuchen das ziel reaktion auswählen können nekrotisch ja hier es geht in die richtige richtung das ist ein angriff dem ziel 1 bis 6 und gut schaden zu füge das war ein zaubertricks schaukel der strahl klinge bahn zieh sich um schlag okay ist dann die motorik mit dem das gewiss aber auch bei keinem zieh sich um schlag nämlich ich meine er hier will wir auch noch hexenmeister aber kann man sich zum hexenmeister so ein bisschen zu bekassen das ist auch hierher geschafft die zweiten bahn brauchen wir aber nicht empfiehlen ein bisschen das ist auch ein bisschen Nein, den Truinen doch immer noch im Team. Und ihre Parasiten wissen sie etwas über sie. Ich habe nicht meinen Gedanken schon getroffen, ich habe sogar einen getroffen, ich kann nicht mehr lesen. Seramorphose, was ist das? Ich glaube doch nur die Tatsache ändern. Du bist jetzt ein Flayer. Du bist ein Flayer, Flayer? Verdammt. Ist das nicht wahr? Untersucht mich und seht selbst, äh, ich weiß nicht. Ähm. Strait würde nicht so abstand machen, natürlich fühle ich mich nicht. Hm. Ich wäre mir nicht verantwortlich, nicht zu debunkten so eine wunderschöne Anfrage. Ich finde nicht, dass sie in meinem Hirn ruft doch als... Ja. Ja. Ich würde mich sehr vorsichtig sein, mit dem ich diese Wunderschöne spreche. Richtig, obwohl es so eine Wunderschöne sein könnte. Ein Mindflare ist eine schreckliche Sache zu sein. Ja. 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 Das wird jetzt schon Partie. Ich glitte wieder auf den Stein. Ich gehe. Ich kann reden. Wenn möglich. Du, dann halt nicht. Wir müssen gerade einmal das Lager verlassen. und wieder aufbrechen Was ist denn mit Schattenherz? Liebt die noch? Vielleicht können wir da auch mal Kennes Spitzchen reden und der hat uns schon vertraut, aber gar nicht mehr gesehen Was ist denn mit Schatten? Und was merkwürdig ist, das Artefakt, das ihr bei euch habt, ist irgendwie zu mir gekommen. Ja, wollte ich sowieso immer noch mal darüber reden. Was hat es mit dem Artefakt auf sich? Was können wir damit anfangen? Wie können wir was loswerden? Da steht mir irgend so. Oh, der Rundgrenz. Das tut in der Ruhe. Ich entscheide selbst, ob ich ein Geschrei mache oder nicht. Es wird schwer, jemandem zu vertrauen, der Geheimnis von mir hat. Das hättet ihr mir sagen können. Wir wollten hier noch ein Geheimnis draus machen. Ich wollte keine geheime Sache mit einer Scharjägerin machen. Es ist mir egal, wen ihr anbietet. Wir haben große Probleme. Nein. Ich weiß nicht. Nichts, was ich weiß, könnte gegen die dunklen Frau benutzen. Wenn ich mich selbst prove, werden meine Erinnerungen wiederholt. Ich bin nicht entschuldigt, dass ich das von dir behaupte. Nicht nur ein bisschen. Doch vielleicht könnte es sich ändern, wenn du eine ökene Minder zeigen kannst. Aufmerksam auf Richtigkeit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Danke, dass ihr es mir wenigstens gesagt habt. Ich kann euch nicht trauen. Wir ziehen die besser getrennte Krill getrennt weiter. Oh Gott, nein. Wollen wir später darüber reden. Hatte dir Schmerzen? Ich würde für Schar reden. Ich würde besser gerne Lernschattenherz. Und das reden, was uns wieder fahren ist. Na komm, wir gehen erstmal weg. Wir können später noch reden. Ich habe nicht mehr mit dir geredet. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, mit den Koblenz zu kämpfen. Jetzt, wo wir alle wieder geheilt sind. Und einen Teamkameraden jetzt dabei haben. Kameradin. Ich starte die Kämpferin hoffentlich. Gerade für den Kriegsszenario. Könnte das hilfreich sein. Äh, falsche Richtung. Irgendwie... Ich denke, Heisen könnten wir... ...später im Team noch gebrauchen. Und Droide könnte... ... gut sein im Team. Aber Gel ist ohne Sache. Wir brauchen die Kämpfer nur zum Team. Aber das ist nicht der Stein? Ne, der war da drüben. Ich bin nicht der Stein. Ich bin der Gott. Ich habe eigentlich wenig Bock darauf. Ich bin der Glühle. Ich habe eigentlich wenig Bock drauf, andere Kompensierer zu schlachten. Ich bin der Glühle. Aber wenn das sein muss. Öffne die Tür. Töte alle drei Anführer. Sprich mit Mentara. Haben wir mit denen schon gesprochen? Sieh nicht eine der Anführerinnen. Dann wären wir zurück. Vor dem habe ich Angst. Ich meine, der hat auch nur 41. Aber wenn wir zusammen mit allen anderen angreifen. Die ganze Kumpenarmee ausschalten. Ich hoffe, wir können sie Stück für Stück ausschalten. Ja, aber eine Anführung ist so ein bisschen eine Sache. Ich will die Tieflinge nicht ausschalten. Kämpfe dann lieber gegen die Koblenz. Nachtgeat besiegt die Koblenz. Und das war da vorne in dem Lager. Ja. Na dann, wir sind alle frisch aufgeladen. Haben neuen Krieger dabei. Auf geht's. Und das war richtig. Ich glaube, wir haben das die Anführer. Oh, das ist glaube ich nicht. Das ist die Anführung. Und, oh. Ich befürchte es. Es wird ein interessanter Kampf. Was du jetzt brauchst? Die absoluten Raum für alle. So lange du sie nicht defiesst. Und niemand ist so dumm. Wenn die absolut sagt, die Orte aus einer Drow, dann stellen wir die Mark. Keine Fragen. Du siehst mir spiffig. Was für eine Healer braucht? Ich würde sagen, die Gedanken sind an den Parasiten und alles. Da schließe ich noch einige Lücken an der Kuppe. Einen Heiler und dann wieder gut gebrauchen. Ja. Ja, die haben wir außerdem getötet. Okay, können wir die einfach so angreifen oder... Und so haben wir die wir vorher reizen. Ja. Die Krieger... Das ist... Die Weizen des Absoluten. Den greifen wir als erstes an. Okay, Kampf beginnt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das mache ich eigentlich selten. Ich auch... Also kennst du das mal, will ich nicht sagen, aber... Hm. Wenn sie sich immer neu laden, das ist einfach... Jetzt hier aus dem Gefängnis rauskommen und so weiter und dann nochmal versuchen. Nee, das ist... Gerade die droht an ihrer Stelle zu besiegen, das ist... Nein. Vergiss das einfach. Die Doppel in ihrem Lager zu besiegen. Jetzt ist Stufe 4. Ich versuche das hier alles auf... Als Bahn-Karte, wenn ich versuche das alles friedlich zu lösen. Ich würde nicht auf Dauern gehen, aber... Den offenen Krieg gegen die Goblins zuviert... Das ist eine recht dumme Idee. Nicht bevor wir nicht irgendwie die... noch eine Army auf unserer Seite haben oder so. Das ist da... Das ist relativ idiotisch. Ach, schöner Wack-Yamburger. So, was ist denn jetzt der Plan? Was können wir jetzt noch machen? Wir sind auf der Suche nach Halle gesehen. Ein Goblin-Lager. Dann gehen wir mal zum Goblin-Lager und suchen da mal ohne... die Chefs anzugreifen. Ach, wir haben hier noch... Oh Gott. Verdammt, wir haben hier noch... Ich habe hier noch... Ich habe es ja gar nicht gespeichert. Ähm... Ich muss gerade noch mal neu laden. Ich muss ja... unsere Kriegerin mit ins Team nehmen. Ich glaube, leveln muss dann auch noch mal... Warum speichere ich denn so selten? Das ist doch nicht wahr. Schönen Ladebildschirm hier. Wir machen wir mal Mistake-Quests weiter, die wir eigentlich vorhatten. Weil sie uns zu finden und zu retten. So, waren wir eh auf dem Weg. Das haben wir schon gemacht. So, was da noch etwas anderes? Oh, darling, ich bin tot. Ich... Ich... So, wo ist Team? Wir müssen nochmal sprechen. Und die müssen wir nochmal sprechen. Um die Quiz zu beenden. Hm. So, das hatten wir. Schattenherz, mit dem müssen wir noch sprechen. Um die Spielstände herzustellen. Dann müssen wir sie noch mal leveln, über die Stufe 2. Oh Gott, ich muss mir das noch mal einfallen, dass sie mich hier levelten. Dann haben wir. So, da haben wir den Stand wieder hergestellt. Was hatten wir hier? Erinnere dich. Hier hatten wir ein mystischer Ritter gewählt. Zwei Zaubertricks, Gift versprühen und noch einen Kälter. Das hatten wir auf jeden Fall mit dabei. Kämpferstufe 4. Zauber erhalten. Das hatten wir, glaube ich. Wenn ich jetzt ein bisschen was anderes gemacht habe, dann ist das auch noch ein Punkt. Talent hatten wir. Hexenmeister. Saubertrick. Das hatten wir. Ich gebe mir. Dann gibt es mal den hier. Das hatten wir. Und dieses Mal nicht alle angreifen. Da haben wir die Quest mit, hier haben wir schon, ok jetzt können wir nochmal mit Zoho sprechen und hier auf Yankee Krieger, machen wir später, kommen wir nochmal wieder zurück, oh, wir können schnell reisen, von dort aus wo wir sind, von der Map aus, spannend. Müssen wir nicht mal zu den Steinen rennen? Das erleichtert einiges. So, dann schauen wir mal. Wir müssen mal sehen. Siegen, die kommen, jetzt töten alle drei Anführer. Ach, hier draußen ist das oder wie? Hier draußen habe ich auch gerade keinen Anreifen. Das ist ja vielleicht schon möglicher. Aber... Cresher... Endlich hier umzubringen. Ich meine, da kommen auch Leute nach. Ich mache es erstmal nicht. Ich schiebe es noch ein bisschen. Wir kriegen irgendwann mal ein Level ab und können wir wiederkommen. Erstmal werde ich mich um Heilsinn kümmern, wo auch immer der steckt. Ich suche das Nachtbiet. Ruf Yankee Kripper. Ruf Tantchen Ekel Hilfe zu Hilfe. Ähm... Wie geht es nicht weiter? Könnten wir da irgendwo lang? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier im Lager irgendwas finden könnte. Ich weiß jetzt nicht, wo wir... Nacht geht dort mal. Was hatten wir noch? Und das hat mit unseren... Problemen zu tun. Und was wurde uns auch schon gesagt, dass wir da... Irgendwas haben wir schon gekriegt auf den drüben. Oh, komm mal jetzt! Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Oh, so viel Spaß! Ich bin doch ehrlich, ich würde jetzt hier nicht noch... mehr Parts hier drin verbringen. Ich wäre froh, wenn ich hier bald rauskomme. Und ich suche übrigens sehr gerne hier... im kommenden Lager. Wo waren wir da drüben schon? Es gibt ein Nachtglied... Die drei Anführer töten, das ist ein bisschen ... Wir haben versucht, den wir noch nicht jetzt mit dem aktuellen, den wir versuchen sollten. Wo sind wir jetzt rein geraten? Ich weiß nicht, ob wir dahin gehen wollen. Jetzt ist der Drieger einer von denen. Siehst du? Es ist geraten! Ist es wieder? Bleib deine Hand steig, drei! Wieder! Wieder! Mach es geraten! Was ist denn eine Halle der Tuti dort? Es kann sich nicht wehren. Was sind gehen? Spitzere Steine würden die Pelz vielleicht durchdringen. Wir können auch böse antworten, ja. Das ist der Drieger. Das ist der Drieger. Das ist der Drieger. Wir haben den Drieger gemacht. Schau, schau, du siehst! Gib mir den Drieger! Wir haben den Drieger mit dem Drieger verwandelt. Lass ihn raus. Ich geh mal nicht um das Tier. Wollt ihr eure eigene Medizin schmecken? Lass ihn in Ruhe. Dann bitte weitermachen. Okay, Weisheitswurf. Mit zwei müssen wir nur schaffen. Ja bitte. Was? Was ist ein Schwer. Oh, ich bin so... Ja, natürlich. Ihr mind lurcht, reeling suddenly, als ob es bitten. Aber... Aber ich will ihn hören, Schwer! Eine. Das ist eine wahrheitliche Säule, die du sprachst. Show sie ein Respekt. Sorry, wahrheitliche Säule. Ich öbne den Kabel für dich. Ja, du Höhlenbeier. Der Kabel schweizt dich. Wä pergi, aber nicht noch nicht. Die Kabel ... Ja, du Höhlenbeier. Angriff auf dem Beier, zählend vor dem Beier. Ja, die Kabel jetzt überlassen. Ähm ... Ich denke ... das ist vielleicht der Doide. Na toll, Beerenkampf. Das ist heute so ein Part. 36 großartig. Ja, vielleicht schaffen wir das diesmal. Wir sind jetzt zum Glück auf unserer Seite. In diesem Kampf. Und rennen weg. Wir können diesmal einen erfolgreichen Kampf führen. Ich versuche durch die Tür zu kommen und mitzukämpfen. Wenn der sich nicht als ... als ... als ... als ... als Statuiter herausstellt am Ende. Ich versuche nicht zu sein. Wir kriegen das Gitter durch. Wir werden nur wirklich besiegt kriegen. Wenn es nur das als Gegner ist. Ach so! Hey, Goblin ist tot! Durchbohrender Schlag! Sag ich ja! Also, den wollen wir nicht bekämpfen! bekämpfen wir ihn jetzt oder was soll das doch eilen verdammt warum habe ich nicht gespeichert vorher eigentlich ist meine fehler nichts bekämpfen hätte ich etwas ich hätte die goblins angreifen können aber wollte ich nicht schon wieder ich habe einiges falsch warum speichere ich denn nie 75 EP, als ob wir das jetzt schaffen Versuch die Wand einzuhauen Und die hauen ab Sturmangriff Ich glaube nicht, dass er noch unser Freund ist, wenn wir ihn jetzt besiegen Ok, der kassiert ordentlich Wir müssen erstmal hinkommen Zwei Krieger hier draufhauen lassen Ok, die Tür ist offen Wir bekommen Gesellschaft Oh, kacke Sollen wir ihn nicht kommen lassen Kann man nicht irgendwie, in einem Kampf kann man doch sagen, komm, lass uns aufhören Was, wenn wir die anderen angreifen, wenn wir uns jetzt abschlachten Friendly Fire So viele sind es gar nicht mehr Ich versuche, wer es wert Ich versuche, wer es wert Ist das für mich, wer es wert bedeutet Aber Teilsein nicht umbringen Deswegen meine Taktik jetzt Ich glaube, das Spiel wird es nicht Es wird nicht klappen Das Spiel mich jetzt die besiegen lässt. Da müssen wir alleine gegen den. Hier besteht unsere Chance. Wir greifen uns jetzt an. Und er sieht, dass wir viel nehmen. Ich kenne das Spiel, das wird auch nicht. Ich gebe dir mal noch keine Heilung. Es wäre cool, wie man den Kampf so wenden könnte. Wenn man sagen könnte, wir haben dich nicht besiegt. Wir haben zwar von ihnen nicht gekämpft, aber... Sie kämpften doch dann auf deiner Seite. Wir werden die schaffen, uns jetzt den auszuschalten. So, eventuell einen der Verbündeten ausgeschaltet. Wie viele von denen sind noch da? Eins, zwei, drei, vier. Wir greifen uns jetzt natürlich noch an. Könnte das nicht eine Möglichkeit sein, dass das Spiel erkennt, dass wir auf seiner Seite sind? Oder ist das endgültig? Dass wir alle komplett abgeschlachtet haben. Das müssen wir beim nächsten Mal nochmal versuchen. Fehlschlag, okay. Okay, jetzt habe ich die Runde geskippt, das ist nicht gut. Ich krieg schon Fehlschlag, geil. Das hat sich irgendwie nicht mehr wirklich Sinn, Leute. Den Warn kam auch aus, scheitert. Sonst muss ich den Ziel hoch sprinten. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir die ausschalten. Ähh, Verhaltung. Verhaltung auf mich selbst. Okay, Fliege sind es ja nicht mehr. P-Schlag, fantastisch. Ähm, wo kommen denn die her? K-Schlag, geil. 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 Wo ist denn hier der Letzte? Jetzt haben wir uns genau in die Treppe gestellt. Genial. So, wir gegen den Viren. Eigentlich müsste das doch jetzt... Wir müssen ihn wohl besiegen. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Ich gebe nicht. Endes wurde durch mich selbst. Too much to bear. Haha. Dann haben wir doch gleich. Jetzt ist der Zeit für Darm. Wir müssen weg. Ich mache das Wort spielen. Da ist er wieder ein Mensch. Und holt ab. Ja, genial. Kann man ihn überhaupt besiegen? Ich will den Bär. Ah, verdammt. Ja, ich schneide diesen Part irgendwie zu irgendetwas zusammen. Schauen wir mal. Ich gehe da dann nochmal. Ich weiß jetzt, wo er ist. Im nächsten Part schauen wir mal, ob wir das dann auf die Koblenz bekämpfen können und ihn dann so befreien. Äh, da Schwede. Das war halt ein heftiger Part. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich verabschiede euch jetzt mehr oder weniger in der Nader-Screen. Ja, ich habe natürlich jetzt wieder gespielt. Ich muss jetzt wieder leveln und so weiter und so fort. Oh Gott. Mache ich offspin. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Part. Oh Gott, weil das heute ist. Oh nein. Es kann doch nicht hochladen. Was kannst du eigentlich? so schnellstvers tô? Okay. Tschau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018